Cool. Über den Autos. Über den Autos. Wieso gruselig? Weil zu hoch ist. Soll ich mal los runterbeissen? Nur mal einst. Das ist wieder eine Physik, die Fallgeschwindigkeit. Ja, genau. Und die Treffgenauigkeit eröffnet. Gruselig. Gruselig wie so. Aber Schatzli, wenn du im Flieger bist, dann sind wir noch viel im Höhen. 4'000 ist sie. Nein, 10'000. Und 10'000. 10'000. Ich kann auch nicht ganz runterbekommen. Wenn es Schnee hat und alles weiß, ist es auch schön. Ja. Oba hat es noch Schneeschuppi? Wirklich? Nein. Ich glaube nicht. Wäre er jetzt auch noch gut? Oh mein Gott, Mama. Wenn du die Handschuhe mitnehmen können, dann musst du die Schneeballschlack machen. Du hast aber Handschuhe. Ja, du hast aber Handschuhe. Das ist ein Bett. Ja. Hast du die Einbeize zu? Das wäre wahrscheinlich noch eine, die vielleicht noch gut gewesen wäre. Ich nehme da die Hautbeize schon offen. Oh ja? Ja, die eine ist zu. Hast du sie da unten? Nein, gar nicht. Ah. Auch unten an der Station? Nein. Wo oben? Es wird mehr als eine oben. Danke. Okay. Ist das Ding so starr? Ist das Ding so starr? Oh, das hört man mit dem Ding. Was ist das? Voll gut. Vogel. Vielleicht seht ihr noch Rehe oder irgendwo im Wald? Achtung, jetzt macht gleich wieder ein Du-Du-Du-Du-Du. Wechsle. Achtung. Ich spüre mich. Da habe ich früher immer Angst gehabt beim Schiefer. Jedes Mal, wenn das an der Säule kommt. Wird schon zu? Jetzt. Wird ein paar Meter? Ja gut, ein paar Meter, guck mal. Wir sind jetzt schon offen. Es ist so schön, mit euch fertig zu machen. Ja, das ist super. Jetzt habt ihr auch vom Wetter her. Er ist jetzt in zwei Wochen perfekt. Ja. Wow, eine schöne Aussicht. Mhh. Am Samstag könnt ihr ein bisschen haben, gell? Mhh, super. Wir sind einseitig weg. Bald ist dann wieder... Ihr schlaft am Freitag bei der Tante Doris. Schlafen? Ja. Dann kommen wir am Samstagmorgen zurück, dann tüscheln oder bei der Tante Doris noch tüscheln und dann gehen wir am 11 Uhr. Wo? Zum Nick. Was ist das? Weisst du nicht? Der Bub. Du hast dich nicht gefrisstet, mit den Bienen gestrücken. Wieso? Und Patrick und Tina, den Gelber. Wieso gehen wir da hin? Wir müssen die eingeladen. Wir müssen die Gäste aufwenden. Kommt, gell mir eure Tickets. Eiii! 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 Vor allem, wenn der Snick bei uns schläft. Ist das wahr? Ja. Und am Morgen war ich noch am schlafen und die zwei sind schon wach. Ich war noch am Schnurrchen.